Die gucken nicht so. Ähm, klatsch. So, sein Team. Sehr gut. Jetzt können wir bestimmt klatschen. Applaus Ich habe hier auch noch eine Fun, ein Foto noch da mit Schreiben. Mit Liebes Talal. Das ist ein anderm Schiff. Das ist traurig manchmal, aber die Frauen sind nachher ein bisschen... Klaus, auch noch? Ja, gerne. Weil ich bin oft in den Schulen und gehe, spreche ich mit jungen Menschen, die auch teilweise homophob sind. Und die haben auch so ein religiöses Urteil gegen homosexuelle Menschen. Und das ist auch so eine Art von Diskriminierung, die wir auch nicht akzeptieren. Wir dürfen nicht nur von Safe Spaces, von Bars und Clubs in Berlin reden. Wir müssen auch über Safe Spaces eben in den Gotteshäusern reden. Das ist auch ganz wichtig. Und dahin müssen wir kommen. Und das ist hier natürlich ein Paradebeispiel. Und dann am 23.07. 11.30 Uhr ist Eröffnungsrede. Und zu 11.00 Uhr rollen wir los. Neue Strecke. Also es geht auf der Leipziger Straße. Also es geht auf der Leipziger Straße. Vielen Dank.